Hier haben wir ein kleines Werkstatt-Upgrade-Video. Ich zeige euch nur mal so was wir alles schönes machen. Ja, eher nicht. Also hier haben wir ein längeres Projekt. X3-4-Sitzer mit Komplettumbau. Das ist gerade alles beim Pulvern. Da kommt noch ein separates Video, das stellen wir mal genauer vor, weil das ist halt wirklich, naja, jeviel het Monat gedauert, immer damit dran waren. Hier ein kleines trauriges Statement, hier der Wagen geht weg, kommt ein neuer, ein bisschen größer noch, gibt es auch separates Video. Hier ist unser nächstes Fahrzeug für Casa Lucas, Mietfahrzeug. Haben wir jetzt wieder aufgebaut, bisschen schick gemacht. Geht also jetzt zu Weihnachten mit runter, wird dann ab März in den Einsatz kommen. Ja, Kunden kennen wir schon, gab es ein separates Video, haben wir jetzt auch Dekorbogen extra für ihn gemacht. Alle fleißig, wie man sehen kann. So, hier haben wir wieder einen Trackstar, einmal voll. Gibt es auch noch ein separates Video drüber, also mit Rückfahrkamera und mit Soundsystem und elektrischen Fensterheber. Und, also alles, was geht, kommt ja dran, gibt es noch ein separates Video. Hier machen wir auch gerade für den Kunden, beraten wir ein bisschen vor, der soll verkauft werden, wenn da so einer Interesse hat. Turbo S, super Zustand, um die 2000 Kilometer gelaufen, einfach mal bei uns melden. Ja, habt ihr so ziemlich alles gesehen, ja. Also, so ziemlich, was wir jetzt so momentan machen vor Weihnachten, haben wir noch ein bisschen zu tun. Hier sind noch ein paar Kleinigkeiten für die Ossis unter uns. Gibt es noch ein Moped, machen wir gerade noch fertig. Ja, ansonsten hören wir uns wieder. Bis bald. Ja, ansonsten hören wir uns wieder.